ladies and gentlemen liebe pelikaner willkommen zurück zu life is strange episode 3 wir sind in der letzten folge in das büro des principles eingebrochen das hatten wir letzte mal schon und wir sollen jetzt nach hinweisen suchen um besonders cool zu sein und das machen wir jetzt ist einfach nur ein gut gut guy er ist einfach der liebste und beste mensch auf dem schulhof aha ja wir werden hier gelobt dass wir versucht haben den selbst zu verhindern wer ist das auch victoria gold standard die streberin die schleimerin ja hier wird gelobt dass er sehr gut in forschung ist und alles blablabla nicht so wichtig okay painting loki loki falls mehr falls mehr falls um fights loki loki so nathan prescott's dad is a bully too shocker okay whisky bot ich dachte wir können trinken i drink too if i was the principle of black hell yeah i would drink all the stuff so she searchy and nothing here nothing here books looky looky wowzer this will so not handy wo was das so ist das die akte von der ein von und kate ist pretty much sams up kate shine sweet ja das ist egal das update lesen wir da geht es um das video was gedreht wurde ok wir brauchen noch oder müssen wieder turn an machen naja box looky looky nein ok wo ist die letzte feil ist das die letzte feil looky looky äh bird ok die checkt irgendwas da drin was hier hier mrs grant ah ok da geht es um dieses ding was sie da unterschrieben hat diese petition fuck it wir brauchen die feile die feile ich bin auch so eine feile wir brauchen das dokument hier ist es ah das das die die abg die die lost ist abgehauen ist gekillt wurde was soll immer ich würde das ja echt gerne lesen na egal wir lesen das einfach ok rachel ist nicht mehr zur schule zu gekommen in den letzten monaten und sie ist einfach gegangen ohne irgendwie bescheid zu sagen geräte wissen auch nicht wo sie ist ok sie war richtig gut in der schule sie konnte mit allen gut auskommen ach ja die in die ermittlungen wurden geschlossen und wir chillen hart that's nice ich habe schon mal gesehen keine hausaufgaben die ist asozial gegenüber anderen studenten spraypainting graffitis ach alles ok alles cool chill out chill out bro it's alright it's alright i think we found everything in here i should go join cloy now hey cloy was geht ab hacker max you better come check out these files nathan accuses rachel of bringing drugs on campus and my step troll went along because he thinks rachel was a bad influence on me assholes if david is teaming up with nathan prescott the third ooh he's so money and you know the prescott's dropped major bank to bury me he's so money supermarket bad grades teacher complaints secret probation but i was expelled at least nathan was finally suspended check out that note open it it's just some crazy drawing it's not a drawing look rachel in the darkroom rachel in the darkroom over and over that's it that's fucked up what does this even mean nathan is truly psychotic i know he has something to do with rachel missing wow listen to this david m always asks what's going on in my head david m always helps me follow those he follows it's pretty cryptic no it sounds like they form some sort of weird team the super hebrews jesus david was stalking kate hassling me and now we know he was all over rachel too oh we are so going into his garage files oh yes we do hmmm das haben wir ja schon mal gemacht oh 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 Take this fucking money. Hell no. Hell yeah, take the fucking money, bitch. Yes. Strip clubs. That was nice. I feel great. You had never any idea of the mechs. Really? Bis jetzt. Splish Splash. Geben wir eine Runde Swimming. Klar, lass die Tür einfach offen. Macht Sinn. Wir sind in der Otter's Lair. Big fucking deal. Ich will das heiße Wasser. Wir müssen es trotzdem cool spielen, ok? Ich gehe trotzdem zur Schule hier. Du könntest dieses Hellhole eignen, wenn du deine Rewind-Power findest. Chloe ist so psyched for Girls Night Out, so I better follow her evil plan. Trophies. Chloe. Let's go. Was? Boys. Boys, of course. Figures. Perv. Let mich như so, ob die Pienen warm haben. Was? Boys. Lucka-Rолн. Debreip. So, was gibt's fair? Feier-Alarm. Check-It. Okay. Dad, I know I am an A-Hole, but take care of what you love, Logan. Mhm. So, was gibt's hier? Jersey. Oh, okay. Oh, Cellphone. Oh, shit. Slots! Oh, das ist aber schön. Aber warum? Because we are awesome. Oh. Der nimmt Drogen. Drogen jeden Tag. Drogen. So viel ich mag. Drogen. Flaschen. Graffitis. Was steht da? No worries, it's all bad. Oh, das ist aber negativ. Oh, noch mal Graffiti. Okay. Sorry. Victoria lost the D. Decent. Decent. Max is a Feminazi. Oh, don't say things like that. I love Warren Garam. Mhm. Oh. Dana. Need a baby daddy. Verstehe ich nicht. Soap. Look, look. This one is almost empty. That's nice. The guys must like their pink goo. Oh, they do. Was geht hier ab? Ich wohne jetzt hier. Das ist jetzt mein Joint. Max, try to find the light for the pool. I wanna see the sharks. Otters don't like sharks. They bite. Sharks. So do I. So do I. Gibt's keinen Sharks. Oder? Gibt's die Sharks? Sharks, you there? There has to be a control panel for the lights around here. Ja, ich suche gerade. Rescue Dummy. Switch on. Bing. Uh, creepy. Ist es nicht creepy nachts? Entschuldigung. Lol. Wann hat die sich denn ausgezogen? Einfach so. Bam. Ein Schritt zurück. Auf einmal. Wenn ich im Swim... Sie hat auch noch Swimsuit an. Ich hab Angst. Reinschubsen. Bing. Ja, wird schön, oder? Rescue Board. Das ist gut. Was steht hier? No running, no diving. Dann nicht. Irgendeine Tabelle. Shit. Was müssen wir machen? Ich dachte wir sollten einfach nur das Licht anmachen. Das haben wir wieder gemacht. Oder nicht? Por favor. Oder muss ich mich irgendwie umziehen? Ich will mich nicht umziehen. Was ist viel zu tun hier ist einfach banned. Hier ist nichts. Giddyb. creepy victoria chase rules okay rachel abides oh fuck dear kate i don't care god oh das aber dreist hello a sock good christian girl look like brooke wants to go to the drive-in with warren brooke who the fuck is brooke i don't know who he is charts those are some musty ass old shirts yuck towels looky looky yes yes they are kate a bus ticket i can't obey bus lines like rachel amber kate ach kate ist doch die die gestorben ist ne otto's eat beavis mhm okay ich habe angst wo kann ich mich umziehen por favor biete information geben sorry rachel oh shut the fuck up wo kann ich was muss ich tun in case i run out of air i know where to come was muss ich mache how such yes we get it orders god ich weiß nicht was ich tun soll fucking confused fucking confused ähhhhhhh ah ja lol das kann ich mit dir reden really ey schlampe schlampe cowbunga what the fuck woman i look an otter in my water dun 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 you are so obvious and i still get freaked out by that movie so stop i can't even watch any of those shark shows i'll just rewind and harpoon you otters revenge cheater dear ega i wish rachel was here she would totally love being in here rachel wish you guys had met each other we will with all this stuff going on i'm starting to think everything is related and i want to find out why for kate's sake she didn't deserve to die so true so true so true so true not that time not that time but that's because you were there to kickstart my power so it's time to start moving forward in time and we're obviously connected since without me you would have never discovered your power right i don't know well i do okay so just listen to captain chloe i'm trying as long as we don't waste this power stop being so goddamn humble you're like the smartest most talented person i've ever known more than rachel amber dude i'm not her groupie okay and i'm sure you have blackwell bros all over you like warren ooh you're the bro killer tats and dude you did not just say that plus i am not down with these arcadia bay hillbillies i don't blame you anyway we have bigger fish to fry right no worries once you get over yourself you're gonna make the world bow as long as you're there with me don't look so sad i'm never leaving you so sweet now i'm getting cold in here because we're yapping instead of attacking each other outer versus shark style i think i've had my pool experience for the year let's jet let's call out a draw i'm gonna freeze my ass off when i get out i think we just went swimming in chlorine bay you look cute with your hair soaked in chemicals thanks you would know hi hi so meine freunde wir waren jetzt baden oben links ist ein igel den sehe ich zum ersten mal der sieht sehr toll aus in der nächsten folge wenn wir schauen wie sich unser trip weiterentwickelt ansonsten vielen dank fürs zuschauen haut rein und bis zum nächsten mal Whitney 21 21 21 21 21 22